20. Netzpolitischen Abend der DigiGuess. Heute haben wir drei spannende Vorträge. Eine kurze Anmerkung, das wird alles gestreamt und dann wird auf YouTube auch sein. Also wenn man nicht im Stream sein will, dann am besten hinter den Kameras die Fragen stellen. Und da hinten ist eine Bühne, die bald benutzt wird. Also am besten nicht so viel drauf rumklettern. Genau. Also wir werden Erik Töpfer als erstes haben, der zu dem Velvet Glove trifft Iron Fist, die Anti-Terror-Datei, was sagen wird. Dann wird Maya Ganesh Tactical Tech vorstellen und dann Helena Hahn Coding Da Vinci, dieses Hackathon. Gut. Also es gibt auch einen Grillabend, weil es jetzt schön Sommer ist. Das wird draußen so laufen und da wird es viel Gutes zu essen geben. Genau. Also als erstes Velvet Glove trifft Iron Fist, die Anti-Terror-Datei und das informationelle Trennungsprinzip von Erik Töpfer von dem Deutschen Institut für Menschenrechte. Ja, danke Patrick. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Hatte mir schon länger mal vorgenommen herzukommen. Dienstag ist leider der Tag, wo ich üblicherweise für Kinderbetreuung zuständig bin. Aber heute habe ich es mal geschafft, da zu tauschen mit meiner Frau. Und um ein Thema vorzustellen, was mir ein bisschen am Herzen liegt oder was mir besonders am Herzen liegt, weil ich denke, es wird häufig ein bisschen übersehen, angesichts der Diskussion um die ganzen Snowden-Enthüllungen und die geheimdienstliche Überwachung. Aber ich denke, wenn wir sozusagen über das Containment von Geheimdiensten sprechen, sollten wir eben auch sprechen, nicht nur über eine bessere Kontrolle und eine Begrenzung ihrer Befugnisse, sondern eben auch über die Trennung der Dienste und der Polizei. Und da denke ich, ist praktisch dieses Thema Anti-Terror-Datei aktuell von hoher Relevanz. Ich werde darauf kommen, warum. Zum Titel, Velvet Glove Trift Iron Fist, also der Samthandschuh, der sozusagen die stahlharte Faust des Staates trifft. Das geht zurück auf den Aufsatz des Soziologen und Überwachungsforschers Gary T. Marx. Der hat 86 einen schönen Aufsatz geschrieben, wo er darüber nachdenkt oder die These entwickelt, dass sozusagen in der Moderne dieser Samthandschuh, die Überwachung eben zunehmend die Zwangsgewalt, das staatliche Gewaltmonopol in den Hintergrund treten lässt oder sich sozusagen über diese Iron Fist hier rüber stülpt, um sozusagen etwas subtilere Formen der Kontrolle zu entfalten. Und das ist sicherlich richtig, die Diagnose von Gary T. Marx, aber man muss sehen, dass es natürlich mit der Überwachung so ist, die entfaltet sicherlich einen latenten Anpassungsdruck. Aber so wie bei der Videoüberwachung sind natürlich insbesondere jene davon betroffen, jenseits dieses latenten Anpassungsdrucks, der uns alle betreffen kann, die eben für die Überwachung auch ganz handfeste Folgen zeitigt. Also zum Beispiel bei Videoüberwachung die Obdachlosen oder Junkies, die in innerstädtischen Orten verdrängt werden, weil sie mutmaßlich gegen Straßennutzungsverordnungen verstoßen oder eben andere Delikte da begehen. Und insofern denke ich, es ist praktisch der Bereich, wo die Überwachung auf die stahlharte Faust, also auf die Zwangsgewalt trifft, von einer besonderen Bedeutung eben auch für die aktuelle Diskussion um geheimdienstliche Überwachung, aber eben ein Aspekt, der meines Erachtens ein bisschen unterbelichtet ist in der gegenwärtigen Diskussion. Das bringt mich eben auch schon zur Antiterror-Datei, weil das ist halt eine Verbunddatei von Polizei und Geheimdiensten. Die hat, glaube ich, 2006 oder 2007, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann es war, mal den Big Brother Award in Bielefeld erhalten. Konstanze Kurz hat zuletzt, glaube ich, 2012 auf dem Chaos Computer Kongress darüber gesprochen, aber seitdem ist es relativ still um die Datei geworden. Wie gesagt, eine Verbunddatei von Polizei und Geheimdiensten, 38 Behörden sind da derzeit im Lautgesetz dran beteiligt, dazu kommen noch ungefähr 20 lokale Dienststellen des polizeilichen Staatsschutzes in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zurück geht das Ganze auf das gemeinsame Dateiengesetz von Dezember 2006. Die Datei selber läuft im sogenannten Wirtbetrieb seit März 2007. Der Zweck ist laut Gesetz die Aufklärung, also damit ist sozusagen dieser geheimdienstliche Teil gemeint, oder die Bekämpfung, damit ist der polizeiliche Teil gemeint, des sogenannten internationalen Terrorismus mit Bezug zur Bundesrepublik Deutschland. Dieses gemeinsame Dateiengesetz ist entstanden sozusagen in der Folge oder in der Folge der Diskussion um den Bombenanschlag in Madrid 2004. Und in den politischen Diskussionen war man ursprünglich erstmal sehr beschränkt auf praktisch die Bekämpfung des sogenannten islamistischen Terrorismus. Inzwischen geht es aber eben wie das Gesetz ja auch sagt um internationalen Terrorismus mit Bezug zur Bundesrepublik allgemein, sodass es da auch geht um beispielsweise die PKK oder Tamil Tigers oder eben andere Gruppen, die insbesondere auf den internationalen Terror Watchlist gelistet sind. Erfasst werden wie üblich eigentlich bei sogenannten Pios Dateien, also Personen, Institutionen, Objekte und Sachen. Und wenn wir uns sozusagen auf die Personen konzentrieren, da geht es um sogenannte Terrorismusverdächtige Gefährder oder Terrorismusnahe Personen. Das heißt, es sind nicht notwendigerweise verurteilte Straftäter, sondern eben Leute, wo die Polizei oder eben auch die Geheimdienste meinen, dass sie tatsächliche Anhaltspunkte aus Erkenntnissen haben, dass diese Personen einer terroristischen Vereinigung angehören. Das ist dann in der Regel Paragraf 129a und 129b des Strafgesetzbuches. Diese unterstützen oder Unterstützer unterstützen. Darüber hinaus werden Personen erfasst, die mutmaßlich rechtswidrige Gewalt als Mittel zur Durchsetzung international ausgerichteter politischer oder religiöser Belange anwenden oder eine solche Gewaltanwendung unterstützen, vorbereiten, befürworten oder durch ihre Tätigkeit vorsätzlich hervorrufen. Das ist sozusagen so stets im Gesetz. Und dazu kommen noch eben Kontaktpersonen, die in irgendeiner Form mit diesen genannten Personengruppen eben in Kontakt bestehen. Die Datei selber ist ein Hybrid, also eine Mischung aus Volltext und Indexdatei, weil zum einen werden gespeichert sogenannte einfache Grunddaten zu Personen, da geht es dann um Name, Geschlecht, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit, Anschriften, Sprache etc., die die beteiligten Behörden, also diese 38 plus 20 Behörden im Volltext durchsuchen und eben auch einsehen können, wenn es einen Treffer gibt. Darüber hinaus und das ist sozusagen der Indexbereich der Datei, gibt es die sogenannten erweiterten Grunddaten, das sind dann beispielsweise Telekommunikationsanschlüsse, E-Mail-Adressen, Bankverbindungen, sogenannte Volkszügehörigkeit, Religionszügehörigkeit, besondere Fähigkeiten, Schulabschlüsse, Fahrerlaubnisse, besuchte Orte, Kontaktpersonen eben der Leute, die eingestellt sind, sowie ein Freitextfeld, wo ungefähr 2000 Zeichen reinpassen. Diese erweiterten Grunddaten werden im Trefferfall entsprechend, also werden im Trefferfall sozusagen, werden den beteiligten Behörden dann nur angezeigt, aha, es gibt einen Treffer und dann wird ihnen genannt, es gibt diese oder jene praktische Informationen zu dieser Person, liegen bei dieser oder jenen Behörde vor und dann kann man eben die Behörde anfragen und die muss dann jeweils entscheiden, ob sie befugt ist nach den Übermittlungsvorschriften aus dem Bundesverfassungsschutzgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz etc., ob sie befugt ist, dann die Informationen zu übermitteln. Dazu kommt die Möglichkeit der sogenannten Inverse-Suche, das ist im Prinzip eine blinde Suche über diese erweiterten Grunddateien, Grunddaten, wo also man sagen kann, ich suche jetzt Leute, die zur Moschee XY oder zu einem bestimmten Telekommunikationsanschluss, die da eben zu diesen erweiterten Grunddaten gespeichert sind, sodass man da dann auch letztlich soziale Netzwerke abbilden kann, weil man dann ihren Einblick kriegt auf zumindest die Grunddaten. Also das heißt, man kann eben schauen, gibt es Leute zu einer bestimmten Institution oder Organisation und dann poppt eben so ein Bereich auf, wo man sehen kann, aha, das sind die, was weiß ich, 200 Leute, die eben in dieser Moschee verkehren. Wenn ich jetzt darüber rede, wie die Datei funktioniert, ist es noch so, wie es ursprünglich im Gesetz stand. Das ist jetzt ein bisschen modifiziert nach dem Verfassungsgerichtsurteil, auf was ich eben noch zu sprechen kommen werde. vom Gesetz her gedacht oder vom Gesetzgeber wird gesagt, es ist eine Fundstellendatei, die insbesondere der Kontaktanbahnung für den weiteren Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden dienen soll. Vor dem Urteil des Verfassungsgerichts waren in der Datei, eine entscheidende Folie fehlt, warum auch immer. Vor der Zeit, vor diesem Urteil waren in der Datei ungefähr 18.000 Personen gespeichert. Das war Stand August 2011. Es gab dann nochmal ein Update, wo nur von 17.000 Personen die Rede war im November 2012. Von denen waren damals ein Fünftel ungefähr sogenannte Kontaktpersonen, also Leute, die sozusagen nicht mal im Verdacht standen, irgendwie Terrorismus nahe zu sein, sondern eben nur in irgendeiner Form eine Beziehung zu Leuten hatten. Und knapp 90% der Leute, die erfasst waren, waren im Ausland, lebten also gar nicht in der Bundesrepublik, sondern lebten irgendwie im Ausland. Pro Jahr gab es eben damals 60.000 bis 70.000 Suchabfragen nach Personen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wir seit bestehender Datei, seit eben März 2007, ungefähr 500.000 Suchabfragen haben. Unklar ist, wie viele Invers Suchen es gibt, weil das sind eben nur Angaben zu den Suchen nach Personen. Das Interessante ist, und jetzt komme ich eben, Velvet Glove, Drift Iron Fist, dass 68% der Daten in dieser Datei, also der Personendaten in der Datei, von den Geheimdiensten eingestellt werden. 50% der Daten alleine vom Bundesnachrichtendienst. Das heißt, das sind Informationen, die eben größtenteils aus der Auslandsüberwachung des Dienstes kommen oder die von fremden Diensten angeliefert werden. Wenn man sich aber anguckt, wer sozusagen die Nutzer sind, die Nutzenießer auch der Datei, dann ist es eben größtenteils die Polizei. 84% der Abfragen, also dieser 500.000 Suchabfragen, kommen vom BKA, den Landeskriminalämtern, der Bundespolizei oder dem Zollkriminalamt. Das heißt, man kann schon sehen, dass die Datei sozusagen den Fluss größtenteils geheimdienstlicher Informationen rüber zur Datei, rüber zur Polizei befördert. Selbst wenn man also praktisch diese Kategorien von Personen nimmt und sagt, okay, da ist was dran, es gibt sowas wie terroristische Gefährder, stellt sich dann natürlich entscheidend die Frage nach der Validität der Daten. Es gab eine Evaluation des Dateigesetzes und eben auch der Nutzung der Datei 2013. Da gab es eine Nutzerbefragung, standardisierte Befragung, sind 160 Nutzer befragt worden, wie häufig, also wie rechtssicher sie sich fühlten sozusagen bei der Speicherung der Daten. Und in der Evaluation, wo das BMI federführend war, heißt es dann ans Lapidar, von diesen 160 Leuten hätten nur 5% gesagt, dass sie eben eher häufig oder sehr häufig mit Zweifelsfällen zu tun hatten, wenn es um die Frage der Erforderlichkeit der Datenspeicherung ging. Klingt also erstmal nicht so dramatisch, das Problem ist nur, und das zeigt ein bisschen auch das Problem, wenn das BMI so einer Evaluation die Feder führt, dass von diesen 160 befragten Personen nur 55 von den Diensten waren und davon eben ein Großteil eigentlich von dem Verfassung, also vom Bundesverfassungsschutz oder den Landesämtern für Verfassungsschutz. Das heißt, der Hauptlieferant der Daten, der Bundesnachrichtendienst ist in dieser Nutzerbefragung kaum präsent gewesen und man kann sich natürlich schon auch fragen, wie sicher sind Leute, die beim BND in Pullach und bald in Berlin arbeiten, wenn sie Informationen vom Saudi-Arabischen Geheimdienst, der NSA oder sonst wem bekommen, wie sicher können die überhaupt einschätzen, ob Leute, die sie da in diese Datei einstellen, wirklich den Kriterien entsprechen. Wenn man sich anguckt, das noch als Fußnote dazu, es gab ja jüngst den Fall in Niedersachsen, wo also der Verfassungsschutz, da gab es den Skandal um die Überwachung von Anwälten und Journalisten oder mehreren Journalisten und Journalistinnen in Niedersachsen, wo dann also mal geprüft wurde von einer sogenannten Taskforce des Innenministeriums, wie viele Leute in dieser Amtsdatei des Verfassungsschutzes überhaupt rechtskonform da gespeichert waren und da kam diese Taskforce, relativ unverdächtige Leute aus Perspektive der Sicherheitsbehörden, kam zu dem Ergebnis, dass 25% der 9000 Einträge in dieser Amtsdatei widerrechtlich gespeichert waren. Das heißt also, wenn man da wirklich mal im Detail guckt, ist es mit der Validität der Daten also nicht mehr so doll. Nun ist natürlich die Antiterrördatei nichts, was irgendwie im luftleeren Raum entstanden ist, sondern blickt auch zurück auf eine lange Tradition, dessen, was ich hier mal vernetzte Sicherheit nenne. Das ist so der Slogan, der genutzt wird. Also die Sicherheit muss vernetzt werden, die Sicherheitsbehörden müssen vernetzt werden. Es soll eben nicht mehr das Prinzip des Need to Know gelten, sondern stattdessen soll das Prinzip des Need to Share gelten. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Diensten ist nun beileibe nicht neu, geht zurück auf die Unkelner Richtlinien von 1954. Es gab lange Zeit eben in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren einen gegenseitigen Indexzugriff vom Bundeskriminalamt auf die Datei des Verfassungsschutzes, also dieses nachrichtendienstliche Informationssystem und umgekehrt konnte der Verfassungsschutz also das Bundesamt auf die Inpuldatei Pios Innere Sicherheit zugreifen, auch im Indexzugriff. Diese Verbindung zwischen Polizei, also BKA und Verfassungsschutz ist erst gekappt worden im Kontext der, wenn man so will, Verrechtlichung der nachrichtendienstlichen Datenverarbeitung im Kontgefolge vom Volkszählungsurteil von 1983. Es gab ja dann 1990 dieses schöne Gesetz mit dem etwas euphemistischen Titel Gesetz zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung und des Datenschutzes, womit also erstmals die Datenerhebung und Datenverarbeitung durch den Verfassungsschutz auf eine rechtliche Grundlage gestellt wurde und die Arbeit von militärischem Abschirmdienst und Bundesnachrichtendienst erstmals überhaupt eine Gesetzesgrundlage bekamen. Also die haben mehr oder weniger 40 Jahre lang ohne gesetzliche Grundlage agiert. Nachdem praktisch diese Verbindung gekappt wurde, beklagte sich damals 1991 der Leiter der BKA-Staatsschutzabteilung Dieter Walter im Jubiläumsband zum 40-jährigen Bestehen des BKA über sozusagen diese fehlende Verbindung zu den Diensten und ich zitiere jetzt mal, er schreibt ihm in diesem Band, aus meiner Sicht wäre es zweckmäßig einen automatisierten Informationsaustausch zwischen Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz zu installieren. Neben der Beschleunigung des Informationsaustauschs und dem Nachweis der Unterrichtung aus dem System heraus entstünde eine vordefinierbare Informationsgestellung, die spezifische Interessen der Landesverrats, der Extremismus- und der Terrorismusbekämpfung sowie der Bekämpfung der politisch motivierten Ausländerkriminalität umfassen könnte. Man sieht also, so neu, von 1991 ist dieses Zitat, so neu ist die Idee sozusagen einer Antiterrordatei nicht und es hat, wenn man so will, im Prinzip auch nur 9-11-er Öl in sozusagen die Begehrlichkeiten gegossen. Wir haben es jetzt eben seit, wenn man so will, seit 9-11 mit einer vermehrten Zahl von eben Foren, hybrider Kooperationen, also wo Polizei und Dienste zusammenarbeiten zu tun. Das sind zum einen die gemeinsamen Zentren, das gemeinsame Terrorabwehrzentrum hier in Berlin-Treptow, das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum, was so ein Wanderzirkus eigentlich ist zwischen Wiesbaden, also Meckenheim und Köln, also zwischen sozusagen der Stelle, wo der BKA-Staatschutz seinen Sitz hat und dem Hauptsitz des Bundesamts für Verfassungsschutz ist. Dann gibt es noch GASIM, das ist das gemeinsame Abwehr- und Strategiezentrum für illegale Migration und das nationale Cyberabwehrzentrum. Insgesamt hat man es da sozusagen auf Bundesebene mit gemeinsamen Zentren zu tun, wo inzwischen mehr als 500 Personen aus 40 Behörden eben zusammen unter einem Dach arbeiten. Daneben gibt es gemeinsame Zentren inzwischen in mindestens sechs Bundesländern, TIATS in Thüringen, GIATS in Sachsen und Niedersachsen, dann gibt es noch das GIAS und dann gibt es natürlich daneben auch diverse, sage ich mal, eher informelle Reformen der Zusammenarbeit auch in Berlin und anderen Bundesländern. Und was inzwischen auch immer stärker gemacht wird, sind so Ideen von Personalrotation und Hospitation, wo also eben Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz mal für drei Wochen sozusagen ein Praktikum beim BKA machen oder eben umgekehrt. Dazu kommt jetzt eben sozusagen neben diesem organisatorisch-institutionellen Verschmelzen kommen eben diese gemeinsamen Dateien. Die Antiterror-Datei, hatte ich drüber geredet, dann damals auch etabliert, zumindest als Gesetz, also die gesetzliche Grundlage dafür, für sogenannte gemeinsame Projektdateien. Das sind eben projektbezogene Dateien, die für einen bestimmten befristeten Zeitraum installiert werden können, damit beispielsweise BND, BKA und Verfassungsschutz Analysen fahren. Und seit 2012 die Rechtsextremismus-Datei, in der ungefähr 13.000 Personen gespeichert sind. Bei der Rechtsextremismus-Datei muss man sehen, das war ja damals die Reaktion des Bundesministeriums des Innern auf das NSU-Debakel, weil gesagt wurde, das sei größtenteils schiefgelaufen, weil eben die Möglichkeit für den Informationsaustausch so nicht gegeben war. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat dazu, zumindest im Konsens eigentlich gesagt, das größte Problem war eigentlich eher, dass die ihre Übermittlungspflichten, also das, was gesetzlich bereits vorgeschrieben ist, nicht vernünftig wahrgenommen haben. Und zu guter Letzt denke ich, sollte man auch nochmal daran erinnern, dass die CDU im sogenannten Regierungsprogramm, mit dem sie jetzt zu den Wahlen angetreten ist, die Idee auch einer Linksextremismus-Datei ventilierte. Diese ganze Idee gemeinsamer Zentren, gemeinsamer Dateien und auch diese Frage von Personalrotation und Hospitation dient eben immer, so ist dann in den entsprechenden Stellungnahmen zu lesen, dem, dass man ein gemeinsames Sicherheitsverständnis kreieren will. Also dass sozusagen Nachrichtendienste oder Geheimdienste und eben Polizei auf der anderen Seite ein gemeinsames Sicherheitsverständnis bekommen und eben sich nicht gegenseitig blockieren. Es gab 2007 eigentlich unmittelbar, nachdem die Datei in Betrieb gegangen ist, eine Verfassungsbeschwerde eines pensionierten Richters aus Niedersachsen. Der hat eben gegen das Antiterrordateilgesetz geklagt vor dem Verfassungsgericht und zum Teil, um das vorwegzunehmen, zum Teilrecht bekommen. Das Urteil ist am 24. April 2013 gesprochen worden und ich denke, ein Schlüsselsatz in dem Urteil ist, eben eine Geheimpolizei ist nicht vorgesehen. Das Verfassungsgericht sagt in dem Urteil oder anders. Es ist allerdings, muss man sagen, trotz dieses Schlüsselsatzes ein bisschen ausgeblieben. Das, was sich viele Leute von dem Urteil erhofft haben, nämlich eine Grundsatzentscheidung zum Trennungsgebot als einem staatsorganisationsrechtlichen, also als ein Prinzip, was staatsorganisationsrechtlichen Verfassungsrang hat. Das hat das Urteil nicht geliefert. Es gab große Enttäuschung auch im Kreise von Bürgerrechtsorganisationen. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist das ein spannendes Urteil und gibt auch eine ganze Menge her. Das Gericht argumentiert, das geht nochmal davon aus, dass also Polizei und Nachrichtendienste trotz dieser Bestrebung, dann gemeinsames Sicherheitsverständnis zu etablieren, grundlegend unterschiedliche Aufgaben und Befugnisse haben. Sagt für die Geheimdienste, teilweise verdeckte Aufklärung bereits im Vorfeld zum Zweck der politischen Berichterstattung, wohingegen die Polizei grundsätzlich offen Daten erhebt, eben erforderlichenfalls auch mit Zwang zum Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Und damit macht es, wenn man so will, nochmal eine idealtypische, wenn man so will, man kann auch sagen, es ist ein bisschen naiv vom Verfassungsgericht, aber man kann natürlich auch sagen, es ist eine bestimmte Vorgabe eigentlich für die Aufgaben und Befugnisse dieser Behörden, macht eben damit nochmal eine Trennung stark. Entsprechend leitet das Gericht ab ein informationelles Trennungsprinzip, was es ableitet aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das sagt eben, dass es einen Informationsaustausch zwischen Polizei und Diensten nur im Ausnahmefall geben kann. Und es macht dann nochmal deutlich, dass praktisch insbesondere, wenn so ein Datenaustausch stattfindet, zum, was Sie nennen, zur operativen Aufgabenwahrnehmung, damit meinen Sie insbesondere den Einsatz von Zwangsmaßnahmen, dass der nur dann sozusagen möglich sein darf, wenn ein herausragendes öffentliches Interesse vorliegt. Im Fazit kommt das Verfassungsgericht dazu, dass dem die Datei in den Grundstrukturen mit der Verfassung vereinbar ist, da sie nur der Informationsanbahnung zum Zweck der Bekämpfung des internationalen Terrorismus dient und geeignete Alternativen dazu fehlen. Sagt aber auch gleichzeitig, dass die Datei nur der vorgelagerte Bestandteil des fachgesetzlichen Informationsaustausches ist. Das heißt, die Datei soll ja nur dazu dienen, Informationen anzubahnen, also einen Informationsaustausch anzubahnen und deswegen müssen dann zumindest diese Übermittlungsvorschriften verfassungskonform sein. Und da macht das, was das Verfassungsgericht, was Juristen ein obiter Dictum nennen, so ein nebenbei Gesagtes, weil es ja eigentlich nicht Gegenstand der Verfassungsklage war, dass es eben sagt, naja, man solle sich doch mal angucken und sie machen eigentlich auch gewisse Zweifel daran deutlich, ob eben diese Übermittlungsvorschriften und da geht es insbesondere um die Paragrafen 19 und 20 im Bundesverfassungsschutzgesetz, ob die denn überhaupt verfassungskonform sind und sie formulieren zumindest freundliche Zweifel daran. Paragrafen 19, da geht es um den sogenannten Fakultativaustausch, also den freiwilligen Datenaustausch vom Polizei Richtung Dienste. Das heißt, wenn die Dienste der Meinung sind, dass zum Zwecke der öffentlichen Sicherheit die möchte, dann könnten sie eben Informationen weitergeben und bei Paragraf 20 geht es eben um Übermittlungspflichten, insbesondere im Bereich von, oder insbesondere bei Staatsschutzdelikten, wo da eben man auf den Straftatenkatalog im Gerichtsverfassungsgesetz verweist, der relativ weit ist und eben auch Propagandadelikte und Delikte so im Bereich einfacher und mittlerer Kriminalität umfasst und das, denke ich, ist eine spannende Diskussion, die hoffentlich bald nochmal ein bisschen lauter wird. Im Detail allerdings, also obwohl das Gericht die Datei ja für verfassungskonform erklärt hat in den Grundstrukturen, hat es einen erheblichen Änderungsbedarf im Detail formuliert, unter anderem eine Einschränkung des erfassten Personenkreises, die Begrenzung der Recherchemöglichkeit, also quasi ein Verbot dieser Inversuche, zumindest wenn sie dann eben wirklich auch Personen anzeigen würde und fordert eine erhöhte Transparenz und Kontrolle. Und es räumt dann dem Gesetzgeber eben, wie sie selber schreiben, eine großzügige Frist ein, bis Ende 2014 das Antiterrordateiengesetz und verwandte Gesetze zu überarbeiten und eventuell, eventuell, weil eben auch eventuell, weil eben praktisch ist ja nicht Thema dieser Verfassungsbeschwerde war und eventuell auch die Übermittlungsvorschriften zu überprüfen. Mit den verwandten Vorschriften zum Antiterrordateiengesetz, auf die das Gericht sich bezieht, meinen sie das Rechtsextremismus-Dateiengesetz, weil diese Rechtsextremismus-Dateien in weiten, also in weiten Bereich letztlich der Antiterrordateien nachgebildet ist. Mit einem entscheidenden Unterschied, dass die Rechtsextremismus-Dateiengesetz auch schon die Möglichkeit der sogenannten erweiterten Datennutzung einräumt. Das heißt, dieser Datenpool von Polizei und Diensten kann genutzt werden, um Analyseprojekte drauf zu fahren. Das heißt, da liegen dann auch die erweiterten Grunddaten für die Analysten eigentlich komplett offen und man kann eben so, also das, was so angedacht ist, dass man also so Netzwerkanalysen drauf fährt, um zu gucken, wer wie mit wem zu tun hat, wer wie welche Telefonanschlüsse nutzt, wer hat eben, wer ist meinetwegen der zentrale Knoten in so einer Analyse von TK-Daten, wer hat, also sollen Reisebewegungen abgebildet werden, es kann geguckt werden, wer hält sich wo auf, geht auch um kartografische Darstellung von solchen Geschichten bei diesen Analysen. Wie gesagt, der Gesetzgeber hat jetzt die Frist bis Ende 2014, das Gesetz oder die Gesetze entsprechend zu überarbeiten und jetzt ist natürlich die spannende Frage, erleben wir oder werden wir einer verfassungskonformen Neifassung, werden wir die erleben und es gibt jetzt seit 11. April den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Anti-Terror-Datei-Gesetzes und anderer Gesetze. Mit den anderen Gesetzen ist wenig überraschend das Rechtsextremismus-Datei-Gesetz gemeint und noch eine Vorschrift im Aufenthaltsgesetz, wo es um die sogenannte Visa-Warn-Datei geht. Was jetzt also praktisch dieser Gesetzentwurf war inzwischen im Bundesrat, der Bundesrat hat Stellung genommen, auch erstaunlich kritisch Stellung genommen, es war jetzt kürzlich in erster Lesung, ist in die Ausschüsse verwiesen worden, wird jetzt morgen und übermorgen, wenn ich richtig informiert bin, behandelt im Innenausschuss, Rechtsausschuss und dem Ausschuss Digitaler Agenda, wobei der Innenausschuss wenig überraschend federführend ist. Es liegt ein Antrag der Grünen vor, dass es eine öffentliche Anhörung geben soll, sodass, sage ich mal, noch ein bisschen Zeit gewonnen ist, weil es vermutlich nicht vor der Sommerpause mehr passieren wird, aber ich denke, im Herbst wird es diese Anhörung geben und dann kann man, denke ich, damit rechnen, dass dieses Gesetz relativ schnell und zügig auch verabschiedet wird. Und das Erstaunliche, was mich so ein bisschen überrascht, ist, dass bisher lange die mediale Aufmerksamkeit für den Vorgang weitgehend ausgeblieben ist. Das ist allerdings auch von der Bundesregierung relativ geschickt eingetütet worden, weil also beispielsweise, als es den Kabinettsbeschluss zu dem Gesetz oder zu diesem Gesetzentwurf gab, gab es nicht mal eine Pressemitteilung dazu, sodass es also, wenn man so will, unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit durchfliegt. Was steht jetzt in dem Gesetzentwurf drin? Man kann sagen, teilweise folgen sie also den Vorgaben des Verfassungsgerichts. Man kann sagen, sie erfüllen sozusagen die Mindestanforderungen. Ein Kritikpunkt des Verfassungsgerichts, das war, dass eben diese 20 lokalen Dienststellen des Staatsschutzes nicht im Gesetz genannt werden, sondern dann in einer nicht öffentlichen Errichtungsanordnung aufgelistet werden, die eben dazu noch VS-NFD war, also Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, wo also im Prinzip niemand, der sozusagen nicht in den Sicherheitsbehörden entsprechend sicherheitsüberprüft ist und Einsicht in dieser Errichtungsanordnung hat, niemand überhaupt weiß, wer noch zu dem weiteren beteiligten Behördenkreis tritt. Und da sagt das Verfassungsgericht, das geht nicht, das ist völlig intransparent, sowas muss öffentlich sein. Deswegen soll das jetzt per Verwaltungsvorschrift geregelt werden, wer eben diese weiteren beteiligten Behörden sind oder eben auch in Zukunft dann sein können. Weiterhin sollen Kontaktpersonen nur noch als erweitertes Grunddatum zu Hauptpersonen gespeichert werden. Das heißt, die sollen eben nicht mehr als eigene Personenkategorie als gelistet werden, sondern nur dann, also zu praktisch Hauptpersonen, die als Terrorismusverdächtige oder Gefährder, Terrorismusverdächtige Gefährder gelten. Da gibt es ja in den erweiterten Grunddaten die Kategorie Kontaktpersonen und nur da sollen noch Kontaktpersonen auftauchen. Dann werden bestimmte Personenkategorien konkretisiert, die eben vom Verfassungsgericht angesichts der Unbestimmtheit der Normen gerügt wurden. Diese Invers-Suche wird weitgehend untersagt. Informationen, die aus einer Telekommunikationsüberwachung oder einem großen Lauschangriff gewonnen wurden, sollen nur noch verdeckt gespeichert werden. Das ist also die Möglichkeit, dass Informationen so gespeichert werden, dass selbst wenn ich eine Suche mache und einen Treffer habe, mir das als suchende Behörde nicht mitgeteilt wird, sondern die einstellende Behörde sich überlegen kann, ist das eine Information, die wir weitergeben können. Und das war bislang eben so nicht geregelt, sondern da waren auch teilweise Informationen, die eben aus einer G10-Überwachung sozusagen gewonnen wurden, eben relativ offen eingestellt. Zudem soll jetzt das BKA zukünftig alle drei Jahre berichten über Nutzung und Praxis und es sollen regelmäßige Kontrollen durch Bundes- und Landesdatenschutzbeauftragte stattfinden. Alle zwei Jahre, immerhin. Aber es soll auch gleichzeitig ein neues Datenfeld in den erweiterten Grunddaten eingefügt werden zur Internetnutzung. Also da geht es dann um häufig benutzte Internetadressen. Und wenn man so will, diese erweiterten Grunddaten können zwar nicht mehr blind durchsucht werden, aber was jetzt eben neu kommt ist, auch für die Antiterror-Datei, das was es eben in der Rechtsextremismus-Datei schon gibt oder beim Rechtsextremismus-Datei im Gesetz schon gibt, es soll auch für die Antiterror-Datei eine erweiterte Datennutzung möglich sein für sogenannte, also für solche Analyseprojekte. Und diese Analyseprojekte bedeuten dann, so ist es im Gesetz oder in dem Entwurf jetzt formuliert, dass also eine beteiligte Behörde, also beispielsweise der BND oder das BKA oder irgendein Landeskriminalamt oder so, für einen befristeten Zeitraum einer begrenzten Gruppe von Analysten sagen kann, ihr könnt jetzt diesen kompletten Datenpool mit den 18.000 Personendaten irgendwie durchsuchen und Datameinungen drauf treiben und sonst was damit tun, um eben irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen. Und um, sage ich mal jetzt, die deutliche Kritik, dieses Verfassungsgericht ja zumindest an dem Instrument der Inversuche formuliert hat, um dem so ein bisschen vorzubeugen, wird jetzt gleichzeitig noch gesagt, und solche erweiterten da, also solche Analyseprojekten sollen dann zukünftig von der G10-Kommission genehmigt werden. Was das Interessante dabei ist, ist ja, dass die G10-Kommission, die ja bislang ausschließlich für die Geheimdienste zuständig ist, plötzlich auch an, also theoretisch zumindest, Maßnahmen des Bundeskriminalamts genehmigen könnte. Das ist eine, ja, finde ich, interessante Weiterung, wo man also mal sehen darf, zum einen, wie sich der Gesetzgeber dazu verhält und ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses Gesetz, wenn es denn so durchkommt, wie es im Moment vorgeschlagen wird, auch wieder sich vor dem Verfassungsgericht wiederfindet, was das Verfassungsgericht vielleicht eines Tages dazu sagen wird. Man muss natürlich sagen, das Verfassungsgericht hat deutlich gesagt, die Transparenz und Kontrolle der Datei muss erhöht werden und wenn man sich vor Augen führt, dass die G10-Kommission ja im Prinzip ein geheimtagenes Gericht, also ich nenne es mal ein bisschen zugespitztes, ist, dann ist es natürlich schon eine Frage, ob das wirklich ein erheblicher Transparenzgewinn ist. Zudem, und der entscheidende Punkt, bislang sind beide Gesetze, sowohl Rechtsextremismus als auch Antiterrordateiengesetz, befristet bis 2016 beziehungsweise 17, möchte man beide Dateigesetze entfristen, was besonders perfide hinsichtlich des Rechtsextremismus Dateiengesetzes ist, weil da steht eben zusammen mit dieser Befristung bis 2016 eine Klausel drin, dass es eine Evaluierung des Gesetzes und der Nutzung der Datei geben soll und die ist gerade erst vor zwei Monaten in Auftrag gegeben worden. Das heißt, es liegt noch nicht mal eine Evaluierung eigentlich dieses Gesetzes vor und man möchte es aber schon entfristen. Die Schwächen, die eben auch sozusagen darüber hinausgehen, es gibt, das Gesetz macht sich überhaupt, dieser Entwurf macht sich überhaupt keine Gedanken zur Koordination von Datenschutzbeauftragten und G10-Kommissionen und das Verfassungsgericht hat also in seinem Urteil deutlich angemerkt, dass beinahe Datei, die also in so erheblichem Maße Informationen zwischen BND und der Polizei vermittelt, wenn man doch auch bitte die G10-Kommission mit ins Boot holen muss und irgendwie sehen muss, dass da ein vernünftiger Koordinationsmechanismus zwischen Datenschutzbeauftragten und G10 gegeben ist, weil bislang ist es halt so, die G10-Kommission kann zwar die Initiative ergreifen und den oder die Bundesbeauftragte für Datenschutz auffordern, zu datenschutzrechtlichen Fragen Stellung zu nehmen, umgekehrt ist das aber eine Möglichkeit, die die BFDI nicht hat. Weiterhin, weiteres Problem, über die Ausstattung der Landesdatenschutzbeauftragten macht sich das Gesetz überhaupt keine Gedanken, da wird ganz banal gesagt, wir schaffen zwei mehr Planstellen für die BFDI und dann können ja die Leute, dann können sich die Landesdatenschutzbeauftragten an die BFDI wenden, damit im Rahmen der Amtshilfe man eben die Protokolldaten etc. auswertet. Da sagen die Landesdatenschutzbeauftragten, denke ich zu Recht, naja, so einfach ist es nicht, weil wir haben ja unter anderem auch zu prüfen, ob da Landesnormen vernünftig angewendet werden und da ist es nicht damit getan, dass wir die BFDI um Amtshilfe bitten. Auch dazu sagt, wie gesetzt das Gesetz kein Wort. Und, denke ich, entscheidender Punkt, es sagt eben überhaupt nichts zu den Übermittlungsvorschriften des Bundesverfassungsschutzgesetzes, was aber zumindest in meiner Lesart des Urteils eine entscheidende Voraussetzung eigentlich dafür war, dass die Datei in ihrem Gesamtkontext verfassungskonform betrieben werden kann. Ja, das heißt als Forderung eigentlich, und ich hoffe halt wirklich, dass man da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in den nächsten Wochen für gewinnt, ich denke, keine Entfristung der Gesetze, sondern erstmal eine solide Evaluierung abwarten und ich würde auch denken, dass sozusagen das Antiterrordateiengesetz, obwohl es ja nun schon mal evaluiert wurde, man sich von der Güte her da was deutlich Besseres vorstellen könnte. Also keine Evaluation, wo das BMI den Gutachtern die Feder führt und natürlich auch eine Evaluation, die sozusagen die Datei jetzt in ihrer Neukonfiguration, die sie ja dann haben wird, nochmal auf die Geeignetheit überhaupt prüft, weil die spannende Frage ist ja, macht das, sage ich mal, auch aus Sicht der Sicherheitsbehörden überhaupt noch Sinn? Keine Analysefähigkeit, denke ich, ist relativ klar, also aus meiner Sicht relativ klar, dass praktisch diese deutliche Absage des Verfassungsgerichts an die Invers-Suche letztlich auch eine Analysefähigkeit ausschließt, wie sie jetzt geplant ist, selbst wenn die G10-Kommission darauf gucken soll. Eine Stärkung der Datenschutzkontrolle und es muss natürlich dann die verfassungskonforme Begrenzung des fachrechtlichen Datenaustausches zwischen Polizei und Diensten geregelt werden. Interessant war, finde ich, dass die Stellungnahme des Bundesrates, ich sagte es, die war sehr kritisch, das war, wenn man so will, im Bundesrat, obwohl eben Innen- und Rechtsausschuss dazu Stellung genommen haben, haben eigentlich letztlich in der Plenarsitzung die Ministerpräsidenten die Stellungnahme des Innenausschusses weggestimmt. Das war also, wenn man so will, die Stunde der Rechtspolitiker im Bundesrat, die sagten also auch keine Analysefähigkeit für die Antiterror-Datei vor einer Evaluierung der Rechtsextremismus-Datei, weil die ja wie gesagt das Vorbild bietet für diese erweiterte Datennutzung und auch keine Entfristung des Rechtsextremismus-Dateien- Gesetzes vor seiner Evaluierung. Als die Bundesregierung den Gesetzentwurf jetzt ins Parlament gegeben hat, hat sie das also, sag ich mal, alles weggelächelt und gesagt, sie kann sozusagen die Kritik nicht verstehen und hält eigentlich weitgehend daran fest. Ja, das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank. Gibt's Fragen? Genau, gibt's irgendwelche Fragen zu diesem... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.